Kommen Sie zur Orbital Plausch. Mein Name ist Thorsten und heute plauschen wir ein bisschen über das Luna Gateway. Um genau zu sein, heißt es eigentlich das Luna Orbital Plattform Gateway. Aber ich würde sagen, wir einigen uns einfach mal drauf, dass wir einfach nur noch über das Gateway reden. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen einfacher und schneller. Ja, wie immer alles erstmal in der Kürze vorneweg. Das Luna Gateway. Ursprünglich hatte man es eigentlich Deep Space Gateway oder Habitat eigentlich nennen wollen. Das war 2012. Da fing man nämlich an. Im Laufe der Zeit, vielleicht gehen wir nachher noch ein bisschen auf die Einzelheiten ein. Jedoch ging es weiter und man hat, jetzt muss ich nochmal kurz, das ist jetzt leise. Und dann hat man gesagt, naja, lass uns doch mal, um das Ding zu bauen, ein paar Forschungsgelder locker machen. Das war im Rahmen der Next Step Missionen oder Next Step Untersuchungen. Und dann ist dann 2019 zu dem Punkt gekommen, zu sagen, ja, lasst uns mal einen neuen Posten im Weltall bauen. Und im Weltall bauen heißt im Endeffekt, dass es darum ging, um den Mond herum eine kleine, aber feine Station zu bauen. Diese Station dreht sich ganz wild, aber nicht dahin, wo ich möchte. Kein Problem, kriegen wir aber gleich hin. So, ja, diese Station haben wir hier. So, jetzt haben wir alles da, wo es sein muss. Also, die Station besteht erstmal aus einem Backbone, ich sage mal so der Hauptstruktur. Das ist das sogenannte Power, jetzt habe ich es verdrängt. Das ist so schön. Naja, macht nichts. Power and Propulsion Element. Element, das ist das allererste. Das seht ihr hier auf der mittleren Achse mit den großen Solarzellen. Das ist unsere Hauptenergieeinheit, die im Endeffekt nachher dafür sorgt, dass unsere Station genug Energie hat. Wir haben als zweites Teil hier das sogenannte Halo. Das Halo heißt im Endeffekt Habitation and Logistics Outpost. In der Kurzform gesagt, hier sollen sich nachher unsere Astronauten drauf aufhalten. Und dann geht das natürlich weiter. Das haben wir eben schon mal hier reingefahren. Das zweite Modul, das sogenannte IHAP. Das IHAP ist jetzt, ich sage mal, im Gegensatz zu dem Halo, eine größere Version, in der man jetzt tatsächlich nicht nur sich aufhalten kann, sondern eben auch forschen, schlafen und natürlich noch um einiges mehr. Ihr seht schon, diese Station ist relativ modular geplant. Das heißt, sie wird nicht in einem Stück nach oben geschossen, sondern es geht eigentlich eher darum, wie bei der ISS, dass sie Stück für Stück Funktion und Funktionen mit der Zeit erweitert wird. Frage ist natürlich, warum baut man so eine Station und warum schiebt man sie ausgerechnet in eine Umlaufbahn um den Mond? Neher stellt euch vor, ihr wollt in den Urlaub fahren und das wollt ihr nicht wörtlich machen mit dem Auto, sondern mit dem Flugzeug. Das heißt, ihr reist vielleicht erst einmal von eurem Heimatort, hier wäre es die Erde, zu einem Flughafen mit Bussen oder Bahnen. Das wäre sozusagen der erste Shuttle-Flug mit dem SLS beziehungsweise der Orion-Kapsel eben zu unserem Gateway. Wenn ihr dann am Flughafen seid, wollt ihr natürlich in den Urlaub, sprich an euren Urlaubsort fliegen. Das ist in dem Moment der Mond. Und ihr würdet eher jetzt eben umsteigen. Ihr vergesst natürlich nicht eure Handtürschildchen und die üblichen Sachen. Ihr lebt natürlich noch mit, was ihr auf dem Mond, auf der Oberfläche so braucht. Das liegt nämlich da alles vor, wie ein guter Zeitungskiosk am Flughafen. Vielleicht noch ein paar Snacks dazu. Dann koppelt ihr von dem guten Stück ab und fliegt runter zum Mond. Und wenn ihr das da auf dem Mond in eurem Urlaub also getan habt, was ihr tun wolltet, steigt ihr wieder ein, fliegt wieder natürlich zurück zum Gateway, also wieder zum Flughafen. Und von dort aus geht es wieder ab nach Hause. Ja, die Frage ist natürlich, warum macht man das so umständlich? Wenn ich mal ein bisschen zurückdenke an die Zeit von Apollo, dann erinnern wir uns, das ging doch direkt in einem Flug, sozusagen Direktflug. Haustüre, raus, ab in den Flieger, Schubs ankommen, direkt am Strand sein. Macht man etwas anders? Und genau darüber werden wir jetzt gleich nochmal im zweiten Teil uns etwas genauer Gedanken machen. Dazu habe ich mir natürlich einen versierten Spezialisten eingeladen. Ich glaube, das ist der Herr Dr. Dr. Professor Toni von Mond geflüstert, der uns da ein bisschen unterstützen wird. Und wir werden nochmal im Einzelnen über die Einzelmodule des Habitats sprechen, über die Ideen, wie kann das Ganze ablaufen, die Zeitabläufe und so weiter. Darum, wenn es euch gefallen hat, bitte subscribe zu dem Channel und schaut euch vielleicht auch die lange Version an. Ich glaube, es wird echt spannend, weil Toni hat auch eine Menge zu erzählen. Und ansonsten für alle, die jetzt live dabei sind, Bleibt dabei, es geht gleich weiter. Ja.